Im Jahre 1995 nach Christus ging ein unerschrockenes Forscherteam auf eine lange, gefährliche Reise. Der Sage nach sollte im tiefen, unergründlichen Dschungel des Ruhrgebiets eine bisher unbekannte weibliche Spezies ihr Unwesen treiben. Seltsame Sprechgesänge und Rhythmen ziehen die Menschen in ihren Bann. Doch die Mutigen, die auszogen, um hinter das Geheimnis zu kommen, kehrten nie zurück vom Stamm der Tic-Tac-Toe.